Radio B2 Deutschlands Schlagerradio Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Ich habe Besuch, ein guter Bekannter inzwischen schon des Öfteren bei uns gewesen. Viele spannende Themen haben wir schon beleuchtet. Wir werden es heute auch nochmal streifen. Rockenbach sage ich jetzt nur noch. Hallo! Hallo, willkommen! Du hast dich entschieden, ohne Vornamen durchs Leben zu gehen. Ja, schon seit vielen, vielen Jahren und es hat sich bewährt. Die Leute haben sich meinen Namen gemerkt, Rockenbach. Und es gibt ja auch viele Kollegen, die auch nur den Nachnamen verwenden. Das stimmt. Wie ist das jetzt im Freundeskreis, Bekanntenkreis, Fankreis? Sagen die jetzt einfach Rockenbach oder wissen die deinen Vornamen und dürfen ihn weiter benutzen? Ja, viele sagen auch Dirk. Ja, eben. Sie kennen mich eben nur so, aber Rockenbach wird auch mal gesagt. Aber ist eben der Stempel natürlich, der sich in Verbindung mit deiner Musik... Und die ist ja erwachsen. Du schreibst Bücher über das Leben, über dein persönliches Leben. Und da geht es wirklich kreuz und quer. Da geht es von Alkoholismus bis hin zu Selbstmordgedanken lässt du ja nichts aus. Da muss man schon erwachsen klingen. Naja, aber das ist das Leben. Das Leben hat seine eigene Farbe und man erlebt so vieles. In der letzten Zeit etwas sehr negativ behaftet. Aber es gibt auch sehr schöne Momente in meinem Leben. Und das habe ich alles, wie gesagt, in meinem neuen Buch geschrieben. Einsame Wölfe heulen nicht. Der Titel sagt es schon. Ein Wolf, der einsam ist, muss aber nicht heulen. Also Traurigkeit geht auch wieder vorbei. Ja, gehört Traurigkeit zum Leben dazu? Du hast ja sehr tief schon auch drin in dieser, ich setze das jetzt in Anführungsstrichen, Selbstmitleidsschüssel gesessen und gesagt, was, wie geht es jetzt weiter in meinem Leben? Und wolltest auch alles schon mal hinschmeißen. Und dann hast du gesagt, jetzt mache ich doch weiter, weil es ist mein Leben und so weiter. Sind das so eine Sinuskurven? Das Leben ist quasi von diesen Kurven überlagert. Mal geht es hoch, mal geht es runter. Aber ich bin nicht so dem Selbstmitleid verfallen. Ich schaue nur mein Leben sehr realistisch an und schätze es auch so ein. Aber ich habe natürlich auch eine Karriere vorher aufzuweisen. Und dann ist die Frage, wie geht es weiter? Wie willst du deine Kunst betreiben? Und das sind so Fragen, die sind spannend. Und in der heutigen Zeit, mit der heutigen Technik und die Musik hat sich auch weiterentwickelt. Und ich habe jetzt ja meinen ersten eigenen Song gemacht, zum ersten Mal also auch selber produziert. Und das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Ja, inwieweit ist das wichtig, dass man sich da, wir werden den Song ja hören, dass man sich da so verwirklicht? Also ich kenne dich jetzt schon eine ganze Weile. Ich durfte dich schon mehrfach auch interviewen. Und ich denke, du bist auch keiner, der sich dem Commerz unterwerben will. Ich glaube, das ist für dich das Allerschlimmste, was passieren kann. Dass du etwas machst, weil es gut ankommt oder sich gut verkauft. Sondern das, was du machst, das muss 100 Prozent Rockenbach sein. Ich glaube, das würde man mir auch nicht abnehmen. Also vor allem sind auch meine Texte nicht dafür geeignet. Sie sind aus dem Leben. Sie sind zwar nicht immer 100 Prozent autobiografisch, aber sie sind schon aus dem Reilen Leben genommen. Und ich glaube, viele Leute können sich damit eben identifizieren. Sie fühlen das auch so, das Gefühl zum Beispiel oder auch jetzt der neue Song. Jeder hat mal so einen Tief gehabt und jetzt geht es wieder hoch und jetzt erlebt man was ganz Neues. Und jetzt kommen ganz neue Erfahrungen, ganz neue Träume, erwachen plötzlich im Leben. Und ich glaube, das ist das Leben. Es geht rauf und runter, aber es gibt auch die schönen Momente. Und die habe ich auch in diesem Song. Also er fängt am Anfang etwas negativ an, dass man erstmal nur das Leben betrachtet. Aber dann geht es immer mehr in Richtung Zukunft. Es kommt was. Wir werden es hören. Du machst uns neugierig. Ich muss trotzdem ein bisschen provozierend nachfragen und sagen, ist das nicht eigentlich das Krankheitsbild manisch-depressiv? Diese hochjubelnde Stimmung, wo du dich unheimlich gut fühlst und trotzdem dann wieder richtig, wie es richtig runter geht. Naja, so eine Depression hat ja auch was damit zu tun, wie man lebt. Ob man in einem Verbund ist, ob man Familie hat, ob man Freunde hat, ob man einsam ist, ob man im Beruf anerkannt ist. Gerade die Anerkennung ist extrem wichtig bei einer Depression. Und als Künstler hat man dann natürlich noch dieses Problem, dass man seine Kunst vertreten möchte. Man möchte ja auch von den Leuten nicht geliebt werden, aber man möchte anerkannt werden. Das ist wichtig. Man wird immer mit seiner Kunst auch wieder Feinde haben, die sagen, nee, den will ich nicht hören, der gefällt mir nicht. Aber es gibt auch die Menschen, die sagen, das ist toll und das bewegt mich. Und das ist, glaube ich, so dieser Gratmesser. Man ist immer auf einem sehr, sehr schmalen Level zwischen gemocht werden und gehasst werden. Und da ist auch die Eitelkeit ein ganz großes Problem. Jeder Künstler ist eitel. Das geht nicht anders. Natürlich. Und die Frage ist nur, wie stillt man diese Eitelkeit? Und ich glaube, wenn man es nur über die Kunst macht, dann ist das sehr, sehr schwierig. Dann kann es nach hinten losgehen. Und es gibt ja viele Fälle, ist auch gerade aktuell, wo man deutlich bemerkt, wenn die Eitelkeit nicht gestillt wird, wenn man keine Anerkennung bekommt, dass man dann mit sich selber in totale Schwierigkeiten kommt. Und da kommen aber sicher noch einige andere Probleme dazu. Ja, du hast an Büchern schon einiges hinterlassen. Ich habe das damals so, glaube ich, formuliert, das ist auch für Menschen, die zum Beispiel Suizidgedanken haben, auch ein Art Ratgeber. Wie komme ich da weg von? Wie kann ich mich da selber quasi an den Haaren aus dem Schlamassel wieder rausziehen? Darf ich das in die Hand nehmen und in die Kamera halten? Wie ist das jetzt hier bei diesem aktuellen Buch, das da heißt, einsame Wölfe heulen nicht? Glaube ich übrigens nicht. Denn heulen gehört ja auch irgendwie zum Leben dazu. Richtig, aber man soll, glaube ich, nicht so wehleidig sein. Also ich glaube nicht, dass die Menschen darauf anspringen, sondern man muss ja erstmal mit sich selber klarkommen. Und man muss sich hinterfragen, wo stehe ich, wo will ich hin, was kann ich leisten, welche Talente schlummern in mir. Und das sind so die allgemeinen Fragen. Die muss man erstmal klären, bevor man dann nach außen tritt. Es ist aber doch tatsächlich so, dass man selber ja in seiner Soße ein bisschen schwimmt. Und man hat sich lieb, man findet sich gut, man fühlt sich manchmal nicht anerkannt. Das geht allen so. Das geht eigentlich allen so. Das sind wir, die wir in der Öffentlichkeit stehen, ein bisschen sensibler vielleicht und so. Wie schützt du persönlich dich da? Du kommst aus Nordrhein-Westfalen, du hast einen großen Fankreis, weiß ich, an der polnischen Grenze, Eisenhüttenstadt, Frankfurt und so weiter und so weiter. Da bist du immer wieder mit Konzerten dabei, auch mit Lesungen dabei, hast du immer wieder Fans, die anreisen. Wie schützt du dich persönlich? Ich weiß ja nicht, wie du lebst. Du lebst, glaube ich, als Single. Ich lebe als Single und auch sehr zurückgezogen, also privat. Versuche auch in den sozialen Netzwerken nicht so viel Privates zu posten, um einfach, ja ich möchte auch nicht mein Leben so in die Öffentlichkeit bringen. Also ich mache es ja schon in Form von Büchern, wo ich auch einiges Privates erzähle, wo die Leute auch mich kennenlernen. Vielleicht auch mal von einer anderen Seite, wie es bei dem Buch, wo ich nochmal so tiefer in die Materie eingehe als noch im Vorgänger. Aber privat versuche ich einfach mich komplett vom, ja nicht vom Gerummel, aber ich möchte nicht so in die Öffentlichkeit geraten. Also das ist mir ganz wichtig, weil Privatsphäre braucht jeder Mensch. Und das ist, glaube ich, so dieser Mode, den man braucht, aus der Ruhe wieder rauszukommen, um dann Energie zu haben für was Neues. Okay, wir werden den Song gleich hören. Ganz kurz zu dem Buch, ja, Einsame Wölfe heulen nicht. Das ist ja keine triviale Unterhaltungsliteratur, die ich mir mal so vornehme, wenn ich im Urlaub in meinem Hotel auf der Liga am Pool rumliege. Sondern das sollte man schon lesen und inhalieren. Wem empfiehlst du dieses Buch? Eigentlich jedem Menschen, der, sagen wir mal, in einem Leben drin steckt, wo er sich selber auch hinterfragt. Also es ist jetzt kein Lebensbuch, aber es ist ein Buch aus dem Leben. Und jeder hat so sein eigenes Leben, jeder hat so seine eigenen Geschichten, seine Vergangenheit. Und ich glaube, es ist mal schön zu sehen, wie jemand anders das Leben lebt und was er versucht, um wieder Spaß am Leben zu haben. Jeder durch in seiner Art und Weise. Aber ich würde es eigentlich jedem empfehlen. Es gibt, glaube ich, keine Gruppe, wo ich sagen würde, nee, das wäre für die Gruppe nichts. Ab und zu sind wir alle einsame Wölfe. Ist einfach so. Wir sind alle einsam und wir werden immer irgendwann einsam sein. Und ich glaube, in den einsamsten Momente, da erkennt man sich selber wieder. Okay. Jetzt hören wir deinen Song. Ja. Du hast sehr davon geschwärmt. Ich freue mich sehr, dass du uns besucht hast hier bei Radio B2, dass du wieder vorbeigekommen bist. Und drücke von Herzen die Daumen. Große Erfolge für das Buch, auch für den Song, für deine Fans, für deine Freunde. Und für deine Lesungen und für dich vor allem auch persönlich. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön, Rockenbach. Radio B2 Deutschlands Schlageradio Deutschlands Schlageradio